Seufzend setzte er sich auf das Nest mit den Eiern. Michelle, komm zurück! Ich muss noch zu einer Versammlung und eine Rede halten! Michelle! Auf dem verwilderten Grundstück am See waren die meisten der Wildtiere schon versammelt, als die Schildkröte Turtle mit Wendy, der Füchsin, eintraf, die Wildschweine Grimf und Brunhilde mit ihren Frischlingen, die drei Waschbär-Schwestern Aster, Stine und Kalli, der Dachs Palle, der Maler Kevin und der Fuchs Ivo. Sieh mal, Wendy, ich komme endlich mal rechtzeitig. Das Treppen hat noch gar nicht angefangen. Dabei warst du heute noch langsamer als sonst. Die Versammlung sollte eigentlich schon in vollem Gange sein. Aber siehst du Hokuspokus irgendwo? Nein, komisch. Ich meine, wer führt dann den Vorsitz? Irgendwer muss ihn ja vertreten, wenn er nicht kommt. Wenn Hokuspokus heute nicht auftaucht, dann solltest du eine Rede halten, Grimf. Was? Meinst du Brunhilde? Er ist bestimmt jeden Moment hier. Kein Grund, gleich nervös zu werden. Ha! Nervös? Ich? Wie kommst du denn darauf? Ich sag nur, er kommt gleich, so sicher wie ein Eier in Eist. Mach schon. Wir haben lange genug auf ihn gewartet. Und? Du bist schließlich der Größte und Stärkste hier. Ja, das bin ich. Also, hört mal alle her, ja? Ruhe! Verwundert stoppten die Wildtiere ihr Geplauder und schauten zu Grimf. Das Treffen ist hiermit eröffnet. Also Ohren spitzen und schön zuhören. Äh, gut. Was ich euch allen sagen wollte, war, äh, äh, ich bin ja das größte und stärkste Tier hier. Mit Abstand, wie ich sagen darf. Brunhilde war mit Grimfs Aussage nicht ganz einverstanden. Und so fällt mir heute die Aufgabe zu, die folgenden weisen Worte an euch zu richten. Und zwar... Ich frag mich echt, wo Hokuspokus steckt. Hat ihn keiner gesehen? Vielleicht ist er abgestürzt. Oder er ist überfahren worden. Hast du eine Ahnung, wo Hokuspokus sein kann? Nein. Auch nicht? Langsam mach ich mir Sorgen. Er kommt auch sonst nicht zu spät. Niemals. Hokuspokus tauchte nicht auf. Der Schwan hockte ja weiter pflichtbewusst auf dem Nest von Michelle. Der Abend brach herein. Von der Ente Michelle war nach wie vor keine Spur zu sehen. Michelle! Michelle! Antworte mir! Michelle! Hey, ich mache mir Sorgen! Michelle! Deine Eier warten hier auf dich! Und ich auch! Hallo! Hallo! Michelle! Am nächsten Morgen gingen Turtle und Wendy zum Neubau Müggeldorfpalast am Seeufer. Und ich weiß nicht, dass sie nicht noch nicht. Und ich weiß nicht, dass sie nicht mehr rauskommen können. Das war nicht so einfach. Wenn du dich nicht mehr rauskommen.